Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raum für Notizen. Ich bin Michelle. Unsere heutigen Gäste sind suchtkrank. Sie haben sich vor nicht viel mehr als einem Jahr während der Therapie kennengelernt und sind jetzt schon mit die wichtigsten Bezugspersonen füreinander. Hagen war 15 Jahre lang von Kokain abhängig, schon 13 Jahre. Heute sind sie beide über 250 Tage clean und ich freue mich sehr, das Berliner Podcast von Sucht und Süchtig hier begrüßen zu dürfen. Wie der Name des Podcasts schon vermuten lässt, wird es heute um die Themen Drogen und Suchtkrankheiten geben. Falls du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlen solltest, würde ich dir empfehlen, diese Sendung nicht alleine zu schauen. John und Hagen, herzlich willkommen. Hallo, Michelle. Wie ist es denn gekommen, dass ihr von Zimmernachbarn zu Podcastkollegen wurdet? Von Zimmernachbarn zu Podcastkollegen. Vielleicht kann ich kurz erklären, wie wir Zimmernachbarn wurden. Wir hatten beide schon eine Therapie absolviert und dann leider einen Rückfall bekommen oder einen Rückfall erlebt. Wir wurden rückfällig mit unserer Hauptsubstanz. Das war bei uns beiden, glaube ich, Kokain. Also bei mir auf jeden Fall. Ich wusste nicht, ob du noch was anderes konsumiert hast. Ich habe noch Ansagen konsumiert. Ich habe während des Rückfalls noch Cannabis konsumiert und Pregabalin, das ist ein Nervenschmerzmittel. Genau, wir wurden beide rückfällig. Genau, ich habe auch dazu ein bisschen getrunken, aber das war nie meine Hauptdroge. Naja, und weil ich ja eben schon so viele Jahre mit meinen Angehörigen, mit meinen Mitbewohnern dort das Problem verursacht hatte und viel Vertrauen schon kaputt war, war das eine Situation, wo diejenigen gesagt haben, wir wissen nicht jetzt, wie es mit dir weitergeht. Wir hatten ja eigentlich gedacht, jetzt nach deiner Therapie, du schaffst es ein bisschen länger und es hat tatsächlich nur einen Tag gedauert bei mir. Und deswegen haben sie gesagt, du kannst jetzt auch nicht mehr hier wohnen. Und ich habe aber gleich eine neue Therapie beantragt, nur was macht man in der Zeit? Ich war im Grunde quasi obdachlos. Und das Berliner oder generell das deutsche Suchthilfesystem ist sehr gut und es gibt Übergangseinrichtungen, die heißt tatsächlich auch so, wo man dann wohnt, clean bleibt, man wird dort betreut, man darf auch nicht alleine raus und so. Und dort wartet man dann auf seinen Therapieplatz. Das ist dann so um zwei bis drei Monate kann das sein. Bei uns war es tatsächlich nur ein Monat. Fünf Wochen, ja. Fünf Wochen haben wir dort auf einem Zimmer zusammen verbracht in dieser Einrichtung, die ist auch mitten in Berlin. Ja, und dort haben wir dann, um deine Frage zu beantworten, das Konzept auch geschrieben. Schon nach ein paar Tagen haben wir gemerkt in unseren Gesprächen, erst mal, wir kommen aus einem totalen Tiefpunkt, haben wir sehr viel geweint dort, uns natürlich auch selbst bemitleidet, aber auch wieder Mut geschöpft und haben gemerkt, dass sich viele Themen bei uns unglaublich überschneiden und fanden die Gespräche zwischen uns selbst auch unterhaltsam und haben gedacht, vielleicht reden wir einfach mal in einem Podcast-Format darüber, um, ja, nicht nur vielleicht, um aufzuklären, wie es uns ergangen ist, damit der eine oder andere seinen Konsum hinterfragt. Das war auch wirklich wie so ein Geschenk des Himmels. Also ich saß da unten und habe gewartet auf meinen Platz und dann kam Hagen, übrigens exakt demselben Sakko, wahrscheinlich hat das nicht die ganze Zeit an seitdem, aber um die Ecke und wir haben sofort irgendwie angefangen zu quatschen und haben uns gut verstanden und kamen dann halt zufällig auch aufs gleiche Zimmer und hatten, ich glaube, auch ohneinander wäre die Zeit dort nicht so cool gewesen, wie sie im Endeffekt war. Es war schon gut, dass wir uns gewunden haben. Für das Projekt, aber auch fürs Leben. Auf jeden Fall. Aber das ist schön. Ich glaube, wenn man so lange aufeinander hängt, dann kann man dann nicht anders als einen Podcast zusammen machen. Genau, bevor wir gleich nochmal richtig ins Gespräch einsteigen, würde ich euch gerne noch ein Getränk anbieten. Was kann ich euch dann bringen? Das Wasser wäre. Gerne Wasser. Wir sind große Liebhaber von Wasser mittlerweile. Ja, das ist sehr, sehr gut. Während ich euch hier die Getränke einschenke, können wir ja mal über eure Notiz reden, die ihr mitgebracht habt. Das ist eine Tradition bei Raum für Notizen, dass die Gäste und Gästinnen immer selbst ihre Notiz mitbringen. Bei euch ist es die Aussage, fick dich Sucht. Genau. Vielleicht, John, möchtest du ja mal darauf eingehen, was diese Aussage für euch bedeutet und warum ihr sie heute mitgebracht habt. Ja, sehr gerne. Also unser Umgang mit Sucht ist einfach aufgrund unserer Historie klar, dass wir natürlich total, ja, wir verbinden natürlich super viel Leid mit Abhängigkeit, mit Sucht, ganz viele schlimme, schlechte Zeiten. So viel Positives bleibt da gar nicht mehr, an das ich mich da erinnern kann. Und wir machen ja diesen Podcast oder generell auch andere Projekte, die wir zusammen machen, so ein bisschen als Rache an dieser Zeit, die uns irgendwie in Kooperation mit Sucht genommen wurde. Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass es einfach, dass viel Kraft dahinter steckt, wie möglich kurz und knackig, ja, wiederzugeben, was wir von der Sucht halten und wie wir auch zukünftig damit umgehen wollen. Und ich finde, fick dich, trifft das eigentlich ganz gut. Ja. Genau. Ja, das ist ja eine natürlich sehr harte Aussage, aber ich glaube, wenn man solche Erfahrungen damit gemacht hat wie ihr, dann findet man da auch nicht mehr so viele positive Worte. Genau. Vielleicht kommen wir zu der ganzen Sucht später nochmal, wie ihr in die Sucht gekommen seid. Was mich aber brennend interessiert, ihr habt beide mal ausgerechnet, dass ihr während eurer 15 und 13 Jahre Konsum, ja, wartet wahrscheinlich die Frage schon, aber ungefähr eine halbe ist rumgegangen ein bisschen. Wir werden damit öfter konfrontiert, ja. Ja, tatsächlich hat mich das auch sehr überrascht, weil ich hatte damit nicht gerechnet. Ich bin relativ naiv rangegangen und wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel so ein Tagessatz Kokain kostet. Tagessatz, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Aber während eurer Sucht habt ihr ungefähr 15, eine halbe Million Euro ausgegeben. Ihr wart ja sehr, sehr jung, als ihr angefangen habt zu konsumieren. Wie konntet ihr euch das leisten? Ja, ich muss da mal, also das Ding ist, diese Zahl steht jetzt immer so im Raum und die Menschen stellen sich manchmal vor, wir hatten diese halbe Million Euro und haben da immer wieder was weggenommen und das dann, also wir hatten beide nie viel Geld und ich habe später als Regisseur okay verdient, aber ich hatte eigentlich nie Geld und die Zahl kommt ganz einfach zustande, wenn man 15 Jahre konsumiert, ich habe das mal ausgerechnet, beziehungsweise meine App hat mir das auch angezeigt. Ich habe einfach mal einen Durchschnittswert von 100 Euro am Tag genommen. Es gibt natürlich Tage auch in den 15 Jahren, wo man nicht konsumiert hat, gerade in den ersten Jahren war das ja noch nicht täglich, sondern nur am Wochenende, aber auch da an so einem Wochenende hat man ja dann nicht nur einen 100 Euro ausgegeben, sondern vielleicht 200 und später, ja, die letzten drei, vier Jahre hat man natürlich viel mehr als 100 Euro am Tag ausgegeben. Also es ist einfach eine überschlagene Zahl. Lass es 400.000 sein, vielleicht sind es auch 300.000, vielleicht waren es aber auch 700.000, also schwer auszurechnen. Aber ich fand den Satz, man rechnet mal 100 Euro am Tag durch die Zeit. Ich wollte einfach mal in diesem Moment eine Größenordnung erfahren. Und ja, das beantwortet deine Frage. Ich meine, so ein 50er, den hat natürlich auch nicht jeder zu jeder Zeit, aber den hat man schon mal öfter. Wenn man am Wochenende ausgeht, dann war der halt weg. Und dann hat man aber meistens ja noch mehr besorgt. Also so ist das zustande gekommen, die Zahl. Ja, ich habe das auch kurz bevor wir diese Show da hatten und es gesagt, habe ich es auch mal so durchgerechnet. Bei mir kommen ja noch andere Substanzen dazu und auch nochmal, ich habe ja seit meinem 14. Lebensjahr konsumiert, nicht Kokain, aber viel Cannabis und da kommt dann auch so ein bisschen was zusammen und dann habe ich ja jede Menge harter Drogen konsumiert. Das heißt, es ist auch nicht nur das Kokain dann. Und es ist auch so, dass man, wenn man dann wirklich es so nötig hat, an dieses Geld zu kommen, dann findet man da auch, oder finde ich, auch oft Mittel und Wege. Also jetzt gar nicht unbedingt was schwer Kriminelles, aber ich weiß nicht, irgendwelchen Bekannten zu sagen, man hat halt bei irgendwelchen kriminellen Leuten ein paar tausend Euro Schulden, sonst passiert sonst was, wenn man die jetzt nicht zurückzahlt. Dann bekommt man schnell irgendwie Geld und Kredite wurden aufgenommen. Ich habe viele Sachen verkauft. Ich habe teilweise auch Dinge geklaut, jetzt nicht irgendwie im großen Stil, keine Einbrüche. Aber irgendwie klappt es halt immer an Geld zu kommen. Und dann so diesen Satz von ungefähr 100 Euro am Tag, auch gerade, wenn es noch mehrere Substanzen sind, der es relativ schnell erreicht. Genau, also ich habe ja auch dann schon nach drei, vier Jahren angefangen, stellenweise, wenn ich eben kein Geld hatte, Sachen zu verkaufen. So kommt es ja auch zustande. Dann verkauft man seinen Laptop, verkauft mal gute Klamotten, die man hatte. Ich meine, so ein Fred Perry, Entschuldigung, ich will keine Werbung machen, aber so ein Poloshirt kostet ja auch über 100 Euro. Das kann man dann auch wieder für 50 Euro verkaufen. Also so kommt das zustande. Und weil man sich auch viel Geld borgt, bei allen möglichen Menschen, über Lügengeschichten. Und um von denen Geld zu bekommen, bietet man denen halt auch gerne an, dass man mehr Geld ihnen zurückgibt, wenn ich es schnell brauche. Ja, und so kommen einfach diese Zahlen zustande. Aber ich hatte nie viel Geld. Also bei mir war es auch so, ich hatte auch zum Beispiel jahrelang zu Geburtstag und Weihnachten und allen Festen nie auch irgendwelche Geschenke bekommen, sondern immer nur Schulden abbezahlen irgendwo. Also viele, viele Jahre lang. Das sind auch nur kleine Dinge, aber alles Geld, was irgendwie das Leben hergab, ging halt in Drogenkonsum oder in Schulden abbezahlen. Das summiert sich dann doch relativ schnell. Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass dann Lügen auch dazu gehört hat. Freunde an Lügen, Mitbewohner an Lügen, wie auch immer. John, Entschuldigung, du hast mal im Podcast gesagt, dass Lügen eines der Hauptsymptome oder Hauptnebenwirkungen der Sucht ist. Und mir ist das total im Hinterkopf geblieben, weil ich glaube, wenn man gar nicht so viele Bezugspunkte hat zu einer Sucht, dann steht das, also da denkt man gar nicht daran. Vielleicht kannst du davon nochmal ein genaueres Bild zeichnen, was sozusagen das Lügen in eurem Alltag bedeutet hat. Also gerade durch den Konsum von illegalen Substanzen natürlich im Alltag, da ist die Lüge tatsächlich, würde ich immer sagen, das Hauptsymptom. Alles baut sich irgendwie um die Lüge auf. Was ich ja jeden Tag für mich vorhabe, ist, mein Konsummittel zu beschaffen und es zu konsumieren, aber es darf ja im Prinzip keiner wissen. Außer natürlich meine Konsumfreunde, die sind dann auch nach ein paar Jahren sowieso die meisten weg. Aber man baut sich halt dieses riesige Lügenkonstrukt auf mit allen Bekannten. Also meine Familie erzähle ich dieses und jenes, meinen Freunden erzähle ich was ganz anderes, damit das schon mal nicht clasht und selbst der Dealer wird angelogen irgendwie nach dem Motto, ja ich habe gleich einen wichtigen Termin, bist du jetzt innerhalb von zehn Minuten da, weil danach kann ich nicht mehr. Einfach nur, wenn man sich so daran gewöhnt, zu lügen und das einfach wie so eine Fähigkeit zu nutzen, um überall sich durchzuwudeln. Und es ist wirklich auch so, dass ich ganz stark gemerkt habe, dass in der Abstinenz dann ganz belastend dieses Schamgefühl ist, weil einem dann all das bewusst wird, was man über diese vielen, vielen Jahre lang gelogen hat. Und plötzlich merkt man auch, wie schmerzhaft es ist oder für die anderen Leute sein muss, so viel belogen zu werden, weil mir glaubt halt keiner mehr. Mir glaubt auch jetzt in meinem Leben, stand jetzt quasi kaum jemand von meinen Bekannten, weil die alle erst mal sehen wollen, das sind so viele Jahre lang belogen, sind ja alle sehr unsicher. Ja, erzähl erst mal eine Weile die Wahrheit. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz schwieriges Laster. Das war auch eine sehr emotionale Folge. Lügen, da das quasi neben dem eigentlichen Konsumieren und der Sucht, die da entsteht und die Thematik rund um die Substanz, die einen unfassbar krass belastet, ist das Lügen quasi etwas, was man ja dazu auch noch täglich gemacht hat, wie John gesagt hat. Also ich lüge ja darüber, was ich gestern gemacht habe, was ich heute mache, was ich morgen mache. Und zwar mit allen Menschen. Weil ich will ja wieder konsumieren. Ich muss wieder das Geld beschaffen. Das ist alles nur eingebettet in Lügen. Und dadurch macht man, man lügt ja auch seine liebsten Menschen an, wenn die dann auch noch nach ein paar Jahren noch da sind. Und das macht es für die Angehörigen sehr schwierig. Also es war bestimmt die Hölle mit mir zusammenzuleben die letzten Jahre, bevor ich in die Entgiftung gegangen bin, weil ich eigentlich überhaupt nicht mehr die Wahrheit gesagt habe. Nicht mal mehr hast du jetzt Hunger. Natürlich hatte ich keinen Hunger. Ich habe ja die ganze Zeit Kokain konsumiert. Da hat man keinen Hunger. Und wie hast du geschlafen? Naja, gar nicht. Aber na klar, ich habe okay geschlafen. Aber ich habe Kopfschmerzen, ich bin ein bisschen krank. Also man lügt in jeder verdammten Einzelheit. Und das Ding ist, man weiß das ja selber auch. Man fühlt sich auch selber schlecht. Man will da wieder rauskommen. Aber in dieser aktiven Sucht ist immer auch dann nur wieder erneuter Konsum die Lösung. Ich habe mir immer eingeredet, mit dem nächsten Gramm, mit der nächsten Kapsel kann ich alle meine Probleme lösen. Das war so meine eigene Hauptlüge. Das ist natürlich die Krankheit, dass ich mir das selber einrede. Aber auch schon dann irgendwann eine psychische Abhängigkeit. Und man belügt sich ja selbst ohne Ende, wie du gerade sagst. Also diese Selbstlüge ist auch total extrem. Ich würde sagen, der ganze Schutzmantel, unter dem eine Abhängigkeit überhaupt möglich ist, ist die Lüge. Bevor ihr in diese, ich würde es mal Spirale nennen, aus Konsum, Beschaffung, Lügen... Das ist eine Spirale, ja. ...geraten seid, lag der Fokus in eurem Leben ja sicherlich auf anderen Dingen. Vielleicht könnt ihr mal davon erzählen, wie ihr überhaupt in die Sucht gekommen seid und wie das abgelaufen ist. Ob es da einen ausschlaggebenden Punkt bei euch gab oder ob es das so eingeschlichen hat, als es das kann. Also bei mir jetzt, also meine erste Abhängigkeit, die ja Cannabis ist, wo ich ungefähr mit 14 reingeraten bin, dass, wenn ich im Nachhinein drauf gucke, dann wird es daran gelegen, dass ich mir immer sehr viel Druck gemacht habe, selbst. Also ich habe eine große Familie, da sind viele Leute erfolgreich und ich hatte immer einfach, hatte immer das Gefühl, ich müsste das auch irgendwann werden. Und genau so müsste mein Leben laufen, wie bei meinen Bekannten. Und habe dann aber halt Cannabis kennengelernt und ganz schnell gemerkt, okay, jetzt bin ich plötzlich total entspannt. So jetzt kann ich irgendwie mein Leben leben und mache mir nicht mehr diese Sorgen, dass Leute von außen rauf gucken und es bewerten und es mich dann auch noch tangiert. So, also, weil ich angefangen habe, Cannabis zu konsumieren, war ich halt in meiner Welt und konnte mein Ding machen. Und ich hatte ja auch so ein bisschen so einen rebellischen Faktor, irgendwie Drogen zu konsumieren. Und dann war es plötzlich mehr so gefühlt unter meiner Regie, während es eigentlich immer mehr unter die Regie des Cannabis kam. So, und da habe ich dann sehr schnell angefangen, täglich zu konsumieren und bin dann da einfach zwangsweise sozusagen in eine psychische Abhängigkeit gerutscht. Bei Kokain war es ganz anders. Da hatte ich ja quasi ein traumatisches Erlebnis, was ich auch im Podcast ein bisschen schildere, wo ich dann begann, mich selbst, also quasi als Selbstmedikation, Kokain zu nehmen, was natürlich wahnsinnig betäubend wirkt, super euphorisch. Und es hat mir halt sehr geholfen, nicht unter diesem Trauma zu zerbrechen und irgendwie am Leben zu bleiben. Und irgendwann konnte ich das dann zwar verarbeiten, was passiert ist, aber diese nackte Sucht zum Kokain, was ja mein treuer Wegbegleiter war, die blieb halt. Ja, emotionales Thema. Also, ich habe letztens eine Videoaufnahme gesehen, ein paar Monate vor meinem Erstkonsum. Ich habe mit 25 begonnen und ich würde am liebsten mich selber warnen. Ich würde am liebsten in die Zeit zurückreisen und mir selber sagen, dass du das Zeug niemals berühren darfst. Denn in meinem Fall ist es so, es gibt halt bestimmte Menschen oder, also zum einen kann man eine Suchtveranlagung haben, und es gibt es auch genetisch, wenn die Eltern viel getrunken haben oder die Großeltern. Es gibt einfach ganz viele Gründe, die einen anfälliger machen für die Suchterkrankung. Da kommt es dann auch wieder auf die Substanz an und so. Und gerade Kokain war bei mir halt genau die Substanz, die ich hätte niemals in meinem Leben berühren dürfen. Und weil du gefragt hast, wie uns das vorher ging, ich war zu der Zeit ein aufstrebender Regisseur. Ich habe angefangen, Musikvideos zu drehen zu der Zeit. Und eigentlich war soweit alles in Ordnung, aber ich habe damals auch schon gespürt, dass ich irgendeinen tiefen Schmerz in mir trage. Jetzt aufgrund der monatelangen stationären Therapie konnte ich das ergründen. Also ich habe einen Mangel an Selbstliebe. Also ich halte mich für ein, jetzt nicht mehr so stark, ich habe ja daran gearbeitet, aber ich denke eigentlich, dass ich Dinge nicht kann. Ich halte mich für einen Versager, für einen Loser. Und das war auch ein Grund, warum ich, als ich angefangen habe, beim Film zu arbeiten, ich sehr mit voller Kraft, also man übertreibt, also in einem positiven Sinne, ich habe halt sehr viel gearbeitet und wollte was erreichen, weil ich immer die Angst habe, wenn ich, also ich liebe Filme machen, ich kann, das war so meine, ja, Passion, ich liebe das. Und habe aber gedacht, ich muss das jetzt hier auch schaffen und war sehr getrieben auch vom Erfolgsdruck. Es gab ja auch sehr schnell Erfolg bei mir, aber das war, das ist auch nicht gesund. Und ich habe dann die Droge, leider wurde sie mir angeboten in einer Bar mit 25 Jahren und das hat halt, selbst dieser Moment, der Erstkonsum, hat mich halt das erste Mal fühlen lassen, habe ich halt diesen inneren Schmerz, der mir damals nicht bewusst war, aber irgendwie, den ich trotzdem natürlich in mir trug, der wurde dann behoben. Und ich fühlte mich zum ersten Mal jemand, zum ersten Mal wie ein vollwertiger Mensch. Und das ist halt eine Gefahr, weil das kann bei jedem passieren, mit unterschiedlichen Substanzen. Deswegen arbeiten wir auch dafür, dass das Thema sensibel und gut betreut wird und dass wir darüber sprechen. Weil ich war schon dann nach ein paar Monaten im Grunde abhängig. Ich konnte nach Erstkonsum, das war für mich, das war großartig, ja. Ja, das muss ich leider so aussprechen, das hat sich natürlich sehr schnell gedreht, aber ich war dann nie wieder ohne Kokain im Nachtleben unterwegs. Also nie wieder nach Erstkonsum, direkt. Ja, auch außerhalb des Nachtlebens, das hat ja auch euren Alltag bestimmt. Das kommt dann dazu, ja. Ja, das dauert ja oft ein bisschen, bis man da hinkommt. Aber ich will nur kurz noch mal ergänzen, also wie Hagen eben schon so schön beschrieben hat, die Droge muss irgendeine Funktion haben im Leben und dann ist halt die Gefahr da, dass man abhängig wird. Weil man dann ja quasi sein eigenes Ich, was man bereits ist, noch mal ergänzt, wie durch so einen Anzug, den man noch mal noch dazu bekommt, der einfach das Leben massiv erleichtert oder halt Probleme löst erst mal. Natürlich nicht dauerhaft, gefühlt, gefühlt, passiert das erst mal, diese Funktion ist da und wird bedient und da ist dann die Gefahr der Abhängigkeit sehr, sehr groß. John, wir können auch gleich bei dir bleiben. Ich habe gelesen oder gehört, dass du schon mehrere Versuche hattest, von der Droge loszukommen in verschiedensten Einrichtungen, verschiedenste Therapieformen. Ist es richtig, dass es an der Zahl über 20 sind? Also ich war insgesamt in 20 oder ein bisschen über 20 verschiedene Entgiftungen. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen das Wenigste, was man tun kann. Ich hatte ganz oft den Gedanken, okay, ich gehe in eine Entgiftung, da ist man dann 12 bis 14 Tage drogenfrei quasi und in einem sicheren Rahmen und hat so ganz ansatzweise leichte Therapie und so ein bisschen psycho-edukative Gruppen. Aber eigentlich ist die Entgiftung nur dazu da, dass man dann danach eine Therapie weitergeht. Und ich habe halt oft eine Entgiftung benutzt, um danach zu denken, okay, jetzt schaffe ich es auch alleine. Ich glaube, bei ganz vielen Leuten so, die wenigsten Leute machen leider direkt eine Therapie im Anschluss an eine Entgiftung, aber eigentlich müsste man es tun. Diese Entgiftung habe ich halt sehr, sehr viele gemacht, habe auch ein paar Therapien angefangen oder auch Therapien gemacht, die nur einen Monat gingen, aber dafür dann jeden Tag Einzeltherapie und so. Aber alles nicht so, ja, nicht nur so halbherzig irgendwie. Ich wollte etwas dazu sagen, denn, habe ich dich unterbrochen? Alles gut. Das ist so ein USP von mir, das wollte ich nicht. Ganz gut, einmal Powerauftritt. Powerauftritt. Ein ganz wichtiger Punkt, wir reden jetzt so okay darüber, wir machen das ja sehr gerne, aber ein ganz wichtiger Punkt ist die Krankheitseinsicht. Wir haben die jetzt. Das wollte ich euch tatsächlich noch fragen. Was mich würde nämlich interessieren, wie ist es denn für euch jetzt im Podcast darüber öffentlich zu reden? Denn es ist für euch, also natürlich leistet ihr damit eine unglaubliche Aufklärungsarbeit, aber es ist für euch persönlich auch, hat es positive Effekte und es ist vielleicht für euch auch ein bisschen persönliche Überwachung durch den Podcast, dass ihr nicht rückfällig werdet? Total. Ja, spielt total mit. Also der Hauptgrund ist erstmal, fick dich Sucht. Ja. Und also einfach uns endlich mal rächen für all die Scheiße, die wir durchgemacht haben, weil es war wirklich viel, wir haben beide sehr viel verloren in unserem Leben, was uns auch total verbindet, also auch darüber haben wir uns übrigens zu der Eingangsfrage. Er hat uns sehr verbunden, was wir alles verloren haben einfach. Aber klar, dieser Podcast ist für uns eine Riesensache, das ist in der letzten Folge auch schon mal gesagt, das ist ein bisschen meine kleine Therapiebox, in die ich mich da einmal die Woche begebe mit Hagen. Und wir kriegen ja auch wahnsinnig viel Feedback und total viele Nachrichten. Also es ist wie so eine, es ist eine große Community mittlerweile und es ist wie eine ganz, ganz große Selbsthilfegruppe. Und es hilft total einfach, allein darüber sprechen hilft ja schon. Das weiß man ja generell bei Problemen. Einfach reden, es rauslassen, nicht in sich reinfressen. Und genau das tun wir da und merken, dass es auch noch anderen Leuten hilft. Und es hat nur Positives auf allen Ebenen. Genau, um nochmal die Notiz auch zu erklären und was die Rache, weil wie ist die Rache praktisch, ja? Indem wir darüber reden, erschaffen wir eine Öffentlichkeit und füllen irgendwie ein Vakuum. Denn viele Menschen trauen sich nicht, bei einer Drogenberatungsstelle anzurufen oder hinzugehen. Habe ich ja auch tausend Jahre nicht getan. Weil das ist sehr schwer, da sind wir wieder beim Punkt Krankheitseinsicht. Ich war 15 Jahre abhängig, aber meine Krankheitseinsicht habe ich eigentlich erst so richtig in diesem Mai bekommen, also nach meinem zweiten Rückfall. Ich hatte die schon so ein bisschen in der Entgiftung, weil ich gemerkt habe, da sitzen andere Leute, die andere Substanzen konsumieren, denen es so geht wie mir. Da war mir klar, okay, es gibt diese Krankheit, weil man denkt immer, man ist alleine. Man fühlt sich furchtbar, man ist in einem riesen Loch aus Selbstmitleid und Scham und kann sich nicht erklären, warum geht es, warum bin ich so? Warum kann ich nicht aufhören zu lügen, nicht zu konsumieren? Warum gehe ich nicht mit meiner Freundin ins Kino? Warum sage ich, ich bin krank und bleibe allein zu Hause und, wie du letztens gesagt hast, schraube mir das Zeug rein? Aber dann zu lernen, es gibt eine Krankheit und die kann man behandeln lassen. Und deswegen machen wir das, dass wir den Leuten das Gefühl vermitteln können, wenn du dich vielleicht so fühlst, wie ich vor noch zwei, drei Jahren oder auch schon vor zehn Jahren, dann, guck mal, du bist nicht alleine damit, du kannst, wir haben das auch, viele andere Menschen auch und die in der Drogenberatungsstelle, die freuen sich, wenn du kommst. Und die Rache tatsächlich im Direkt ist dann in dem Fall, wenn wir Nachrichten bekommen, dass Leute sagen, ey, ich war bei der Beratungsstelle, ich mache nächste Woche, fange ich mit meiner Therapie an und das hätte ich niemals hinbekommen, wenn ich nicht eure Sendung gehört hätte. Na ja, und da geht uns das Herz auf. Wie ein kleiner Schlag ins Gesicht der Sucht. Ja, weil weniger Menschen vielleicht dadurch sterben, denn die Gefahr zu sterben ist sehr groß. Vielleicht nochmal, um auf Berlin zu kommen, was ich, also ich wohne jetzt schon wieder eine Weile in Berlin und was mich irgendwie auch immer umtreibt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in der Partyszene, gerade hier in Berlin, ganz anderer Zugang und einer Offenheit Drogen gegenübergebracht wird. Wie fühlt sich das für euch als Süchtige an? Das muss ja irgendwie wie ein Scherz um euch herum fast schon wirken. Es ist ein bisschen krank irgendwie. Wir waren natürlich auch lange Teil davon. Ja. Was sagst du? Naja, ich finde es ja, wie gesagt, ich finde es ja total krank. Also ich sehe es ja auch an manchen Kommentaren, die wir dann doch auch bekommen, dass irgendwie viele Leute gar nicht einschätzen können, wie viel Gefahr dahinter steckt, wie groß der Verlust ist, den so eine Abhängigkeit dann mit sich bringt. Und vor allem gibt es auch immer wieder Stimmen, die sagen, ja, aber mein Konsum ist ja kontrolliert. Ich kontrolliere seit so und so vielen Jahren. Genau, ich konsumiere kontrolliert seit so und so vielen Jahren. Aber irgendwann ist es halt auch vorbei. Man kontrolliert halt nicht für immer den Konsum. Das funktioniert halt kaum. Und wir wollen ja gerade eben so ein bisschen so einen Gegenpol irgendwie auch dazu bieten, zu diesem, komm wir gehen raus und lass uns voll laufen und schrauben uns was weiß ich was rein, um einfach zu zeigen, ja, das endet halt nicht gut. Und ich kenne halt sehr, sehr viele Leute, bei denen es nicht gut geendet hat. Es muss ja auch nicht bei jedem natürlich die Suchtankrankung entstehen. Klar. Aber natürlich durch die schiere Anzahl des Konsums, also wenn ich jedes Wochenende konsumiere, das über einen gewissen Zeitraum, der gerne dann auch länger ist, besteht die Gefahr aber trotzdem sehr groß. Und sobald einmal diese rote Linie überschritten ist, gibt es halt leider keinen Weg mehr zurück. Dann muss man therapieren. Aber bis man das eben macht, hat es ja bei mir, wie gesagt, noch, ich habe ja 14 Jahre weiter konsumiert. Eigentlich war ich ja schon nach zwölf Monaten an einem Punkt, wo ich es nicht mehr unter Kontrolle hatte. Gut, es war in meinem Fall besonders schnell vielleicht. Aber bei manchen anderen geht es vielleicht nach drei, vier Jahren. Also ich finde es immer problematisch, wenn ich lese, ich konsumiere jedes Wochenende kontrolliert. Denn wo beginnt denn diese Kontrolle da, wo fängt das an und woher jetzt auf? Ja, das hattet ihr von euch wahrscheinlich auch gedacht, dass ihr das kontrollieren könnt. Das machen wir auch lange noch. Ganz, ganz lange, ja. Ja, deswegen mache ich diesen Leuten natürlich auch überhaupt keinen Vorwurf und ich kann das Mindset nur zu gut nachempfinden, weil ich das ja auch 15 Jahre so hatte, aber, nein nicht 15, aber die letzten drei, vier Jahre wusste ich schon, dass mit mir was nicht stimmt, aber das war ein langer, furchtbarer Weg. Ja, und ganz zentral ist ja, was du gesagt hast, dass, wenn man einmal an diesem Punkt angelangt, dass eine Abhängigkeit entwickelt hat gegenüber einer bestimmten Substanz, dann ist es halt vorbei damit. So, dann kann man nie wieder zumindest diese Substanz konsumieren, ohne ein großes Risiko einzugehen, wieder wirklich abzustürzen. So, weil das, da bilden sich im Bahnen, im Gehirn, also da passiert auch physisch etwas im Körper, im Hirn, was halt einfach, ja, diese Abhängigkeit ist wirklich einfach eine Krankheit. So, die ist dann da und die geht dann auch nicht mehr weg. Und ich glaube, dass eben ganz oft bis zu diesem Punkt konsumiert wird und das heißt, aber es ist ja noch nicht so schlimm, ich komme da schon nicht hin, aber sobald diese Linie einmal überschritten ist, ist es halt vorbei. Und davor wollen wir halt warnen. Weil dieser Prozess ist halt sehr schleichend und sehr langsam. Man steht nicht früh auf und denkt, ah, jetzt, man kriegt das ja selber gar nicht mit, bewusst. Erst wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und vielleicht mal bei einer Drogenberatungsstelle anruft oder mit denen dort spricht, dann spiegeln die einem ganz gut, wo man vielleicht gerade steht bei seinem Konsum. Alles klar. Wir haben ja auch in unserer Community nach Fragen gefragt, die wir euch stellen wollen. Und da können wir ja gleich nochmal zu einer kommen. Ich bin gespannt. Und zwar kam da einmal die Frage, ihr postet immer mal wieder, also auf Instagram bezogen, Bilder von einem Counter, der anzeigt, wie lange ihr schon clean seid. Warum macht ihr das? Warum machen wir das? Also das ist, ich habe damit angefangen und wir machen das jetzt ja auch im Team bei Sucht und Süchtig. Das ist, das ist eigentlich sowas wie, hallo, ich habe ja den ersten Preis beim Fahrradrennen der Oberstufe gewonnen. Ich habe es geschafft. Also wir machen das in Zehnerschritten und zu sehen, dass man ist 250 Tage clean, das gibt einem extrem viel Kraft. Wir gucken ja auch auf diese Apps eigentlich jeden Abend vorm Einschlafen, gucke ich da rauf und freue mich über diese Tage. Denn das ist so eine richtig, das ist eine Bestätigung meiner eigenen Leistung und gibt mir einfach Kraft. Und jeder Tag ist halt auch ein Kampf. Ich glaube, man übersieht vielleicht manchmal, dass wirklich jeder Tag ein Kampf ist auch immer noch und es wird sogar noch ganz schön lange bleiben. Also jetzt nicht so, dass wir völlig stabil durchs Leben gehen und alles ist super, sondern jeder Tag, den man es geschafft hat, gegen diesen Dämon im Kopf zu kämpfen, ist einfach ein Sieg. Den feiern wir halt auch. Der Counter ist wirklich wichtig für uns. Ja, ich glaube, ihr seid auch wichtig für viele Leute, die den Podcast hören. Bevor wir aus der Sendung gehen, machen wir jetzt aber noch ein Polaroid zusammen. Das machen wir mit allen Gästen und genau, können wir uns mal schön hinsetzen. Okay. Vielen Dank. Das war Raum für Notizen und hier kommt ihr zu einer weiteren Folge Raum für Notizen und hier zur gesamten Playlist, wo ihr alle Folgen von Raum für Notizen findet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.